Hallo Kinder! Willkommen im Wald! Ja, heute werden wir wieder ganz verschiedene Waldgebiete erforschen. Zum Beispiel die große Eiche. Sie ist einer der größten und stabilisesten Bäume der Schweiz. Und hier ist sie... Hier sind sie... Hier sind sie eine Bank und eine Bierflasche. Und ja... Haha, der Wald! Mit all seinen Faszinationen und Schönheiten! Hallo! Ich bin der Michi! Ich bin 25 und komme aus dem schönen Appenzell! Ich bin seit 25 Jahren Singen! Darum suche ich eine Freundin, die mich immer wieder so richtig treibt! Also, zu meinen Hobbys, ich bin ganz sportlich! Ich liebe Natur! Und ich habe ganz viele Freunde! Fuck you, Michi! Mein Lieblingsspiel! Du bist so ein Spass! Du bist so ein Spass! Ihr wisst! What good is sitting alone in your room? Come hear the music play! Also, wenn ihr auf dem Falle gekommen seid, dann lügt euch jetzt an! Oder schickt euch das SMS mit dem Wort Michi an 3x67! Also, selbst nicht! Was good is sitting alone in your room? Come hear the music play! Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret! We'll see you next time!